Achtung, Hilfeleistung VU1, Einsatz für LF24, RTW1. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Teil 2, Einsatz für die freiwillige Feuerwehr Wunsdorf, Verkehrsunfall auf der L403. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was dort genau passiert ist, in dem Sinne, das LF fährt raus, beziehungsweise das HLF der Feuerwehr Wunsdorf. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal. So, laut Leitstelle, ein Pkw beteiligt, beziehungsweise ein Pkw im Kurvenbereich aus ungeklärten Ursachen von der Fahrbahn abgekommen. Das Ganze, wie gesagt, auf der L403 Landstraße. Passt übrigens auch wieder ganz gut zum Design der freiwilligen Feuerwehr Wunsdorf, denn auch Wunsdorf ist eher so etwas im ländlichen Bereich. Von daher passt der Einsatz auch wieder ganz gut dazu. Für die Leute, die es nicht wissen, Wunsdorf ist eine Stadt in der Region Hannover, hat so um die 40.000 Einwohner. Und, ähm, ja. Ich glaube, wir sind jetzt aber auch schon mittlerweile hier an der Einsatzstelle eingetroffen. Wir sind hier im Kurvenbereich, da haben wir auch schon den Pkw. So wie es scheint, keine Person eingeklemmt. Das ist ja schon mal ganz gut. Ja, werden wir mal kurz die Lage erkunden. Gut, Jungs, ich würde sagen, ich werde erstmal hier die Lage erkunden. Ihr bleibt erstmal sitzen. Und dann schauen wir mal. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal, wie es dem Kollegen hier geht. Ja, hi. Verdammt, warum muss mir das ausgerechnet heute passieren? Beruhigen Sie sich. Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Boah. Ja, ja, okay, alles klar. Ob ich verletzt bin? Schauen Sie sich meinen Wagen an. Mein Herz blutet bei diesem Anblick. Ja, ich glaube, nicht nur Ihr Herz blutet seelisch, sondern Ihr Gesicht auch. Ähm, ja, der Rettungswagen müsste gleich eintreffen. Bleiben Sie erstmal bitte hier, bis der RTW eingetroffen ist, ja? Das wäre ganz gut. Ähm, ansonsten, RTW ist schon eingetroffen, sehr schön. Ja, was haben wir hier? Auslaufende Betriebsstoffe. Ähm, ihr seht übrigens hier gerade am PKW brennt noch das Licht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Batterie abklemmen müssen. Ähm, das Fahrzeug einmal sichern. Ähm, und dann auf jeden Fall hier die Betriebsstoffe aufnehmen. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall nochmal die Polizei anfordern über die Leitstelle. Die muss einmal hier den Unfallhergang irgendwie, äh, prüfen, wie das Ganze genau hier passieren konnte. So, Jungs, ähm, folgende Situation. PKW von der Fahrbahn abgekommen. Eine Person leicht verletzt. Ähm, ich würde sagen, einmal Maschinist bitte. Taktischer Modus, RTW-Besatzung ist ja mittlerweile jetzt auch eingetroffen. Ähm, ja, danke. So, da haben wir den RTW. Einmal bitte Einsatz organisieren, absitzen und Lage checken. Hier einmal das Gleiche. Bitte einmal LF24 bzw. HLF der Feuerwehr Wunsdorf. Einsatz organisieren, absitzen, Ortsbegehung. Wir sind an der Einsatzstelle eingetroffen. Warnblinksystem und Heckwaren-Einrichtung bitte. Danke. So, ähm, ja, das Unfallfahrzeug muss gesichert werden. Das werden wir auf jeden Fall gleich tun. Der Brandschutz wird auch nochmal sichergestellt. Ich werde mal in den taktischen Modus gehen. Äh, Verkehrsunfall. Brandschutz bereitstellen. Schnellangriff bitte. Und dann werden wir auf jeden Fall nochmal die Pol anfordern. Einmal hier den Gruppenführer bitte melden. Ich werde die Leitstelle mal, ich werde immer eine erste Lage abgeben. So, erste Lage, ähm, Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Eine verletzte Person wird jetzt vom Rettungsdienst betreut. Ähm, weitere Rückmeldung folgt. Nach-Alarmierung bitte der Pol übrigens. Pol wurde nachgefordert. So, mittlerweile ist der RTW eingetroffen. Der Herr. Ne, bleiben Sie, gehen Sie bitte zum Rettungswagen. Der ist jetzt hier mittlerweile eingetroffen. Ähm, wäre glaube ich ganz gut, wenn Sie auf jeden Fall mal ins Krankenhaus mitfahren. So wie Sie aussehen, scheint es Sie wohl schlimmer erwischt zu haben. So, folgendes. Wir holen uns jetzt erstmal ein paar Bremsblöcke, werden das Fahrzeug sichern. Nachdem wir das Fahrzeug gesichert haben, können wir daran auch ein bisschen rumwerkeln. Und, ähm, habe ich den jetzt da wahrscheinlich nicht, ne? Verbinden. So, jetzt ist er auch richtig verbunden. Ich denke, wir machen das Ganze heute mal wieder so ein bisschen alleine, damit wir auch wieder so ein bisschen zu tun haben. Aber hier schön natürlich jetzt in die Öllache ablegen, verbinden. Könnten ja die Einsatzstelle nochmal so ein bisschen absichern, wäre glaube ich auch ganz geil. So, die RTW-Besatzung hat den guten Herren jetzt mitgenommen und fährt damit ins Krankenhaus. Klar ist jetzt nicht, äh, der originale RTW aus der Region Hannover bei Wunsdorf, aber okay. Die Polis ist jetzt mittlerweile auch gleich eingetroffen. Aber da kommen die Kollegen schon ein bisschen sachte, Jungs. Nicht, dass er hier auch noch einen Verkehrsunfall verursacht. Ja, finde ich geil, dass der Funkstreifenwagen jetzt hier so ein bisschen die Fahrbahn absichert von der Seite. So, Fahrzeug ist gesichert. Achtet bitte auf die Beleuchtung hinten vom Golf beziehungsweise vom Pkw. Nachdem wir jetzt das Fahrzeug gesichert haben, können wir, glaube ich, die Motorhaube, ging das nicht so, benutzen. Die Motorhaube ist völlig demoliert, alles klar. Da die Motorhaube jetzt so demoliert ist, werden wir die mit bloßen Händen leider nicht aufkriegen. Ich weiß gar nicht, wo der gegengefahren ist. Jetzt mal im Ernst. Das heißt, wir werden jetzt hier einmal mit dem Heiligen Tool, ich sag's komisch, ich weiß, es tut mir leid, Leute, einmal hier die Motorhaube öffnen. So, Motorhaube mit Hilfe Tool geöffnet. Nachdem wir jetzt hier die Motorhaube öffnen können, geöffnet haben, was ist los mit mir, nehmen wir uns einmal hier den Seitenschneider, werden wieder die Batterie abklemmen und wie gesagt, achtet bitte auf die Beleuchtung am Pkw. Hinten aktuell noch das Licht an. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir das jetzt hier benutzen? Benutzen. Ja, ist durchgeklemmt und das Licht ist aus hinten am Golf. Sehr schön. Dann einmal den Seitenschneider gleich wieder aus Auto, bevor wir den nicht mehr wiederfinden. Ist ja relativ klein, das Teil. Ja, Brandschutz sichergestellt, Fahrzeug gesichert. Dann werden wir jetzt hier noch die Betriebsstoffe abstreuen. Dann einarbeiten, aufnehmen können wir so leider nicht mehr. Aufheben. Benutzen. Gibt es hier nicht den VU eigentlich, wo eine Person eingeklemmt ist? Also ich hatte jetzt den VU auf der Autobahn mit dem LKW, dem Auffahrunfall, keine Person eingeklemmt. Jetzt habe ich diesen Verkehrsunfall auf der Landstraße auch keine Person eingeklemmt. Ganz komisch. So, nebenan haben wir gleich hier den Besen. Dann werden wir das Ganze kurz einarbeiten und dann sollte sich der Einsatz hier erledigt haben. So, hier nochmal die aktuelle Lage von oben. Warum jetzt der Pkw von der Fahrbahn abgekommen ist, ist momentan unklar. Kannst echt nichts machen mit dem Streifenwagen, ne? Ist auch nur mit einem Mann besetzt, der Kollege. So, haben wir soweit alles abgestreut. Damit wäre der Einsatz für uns eigentlich auch schon beendet hier auf der Landstraße. Ah, Leute, guckt euch das mal an hier. Sehr, sehr nice. Gut, dann packen wir den Besen soweit wieder zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ja, Einsatzstelle hätten wir jetzt hier gar nicht absichern brauchen. So grob. Denn der Funkstreifenwagen hat uns ja hier noch ein bisschen Deckung gegeben. Das organisieren, ausleuchten, zusammenpacken, Jungs. Ablegen, verbinden, ablegen. Sehr, sehr nice. Gut, dann würde ich sagen, können wir ja soweit wieder einrücken hier. Können die Straße auch erstmal wieder freigeben. Ich dachte, ich kann mit dem Kollegen noch sprechen. So, Jungs, aufsitzen, Abfahrt. Ah, der Pkw bleibt da jetzt erstmal stehen. Ich hoffe, dass da kein weiterer irgendwie reinfährt. Ja, gut, sehr schön. Einsatz damit erfolgreich beendet für die Freiwillige Feuerwehr Wunsdorf in der Region Hannover. Wieder ein VU gehabt, allerdings auch wieder keine Person eingeklemmt. Und glücklicherweise. Allerdings war die Person natürlich auch leicht verletzt gewesen. Kollegen vom Streifenwagen fahren jetzt auch wieder rein. Und dann gehe ich ja noch mit der Kirchen wie immer rein. Und dann gehe ich jetzt, denke ich weiter hin. Jetzt kann ich daarf ich um dieriesgelten Mỹ machen. Und dann gehe ich mal durch Ehre und dann drehe Det merchen. Und dann haben wir hier ein paar Beliebauten. Und dann check ich mal mit einerfeinderten Köln Krieg. so Leute, ich denke damit hat sich das Video für heute erledigt ich hoffe es hat euch heute wieder gefallen wenn ja würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und ja in dem Sinne parken wir jetzt hier noch das Fahrzeug und damit hat es sich für heute erledigt ja wie gesagt Leute schaut gerne auf Instagram vorbei und bleibt auf jeden Fall gesund ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare in dem Sinne ich bedanke mich fürs Zuschauen macht's gut, haut rein bis dahin euer Kev